Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, und zwar zu einem neuen News Video. Es gibt wieder einige interessante Neuheiten, wie ich persönlich finde, ihr vielleicht auch, gerade wenn ihr irgendwie lizenzthematisch unterwegs seid. Wir haben ein paar Sachen von Star Wars, wir haben ein paar Sachen von Harry Potter und natürlich das neue Modular Building, was jetzt aktuell in aller Munde ist. Ich denke, wir haben da für jeden was dabei, und ich kann schon mal sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was einige Sachen angeht, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, jedes Jahr gibt es ein neues Modular Building, zum 1.1., also Januar, erscheint das dann. In diesem Jahr ist das der Jazz Club, für die Sie es jetzt nicht wissen, Modular Buildings sind Häuser aus Lego gebaut, aus einer 18 Plus Serie, meistens so 2.500 bis 3.000 Teile. Sehr hochpreisig, in dem Fall auch, wir haben knapp 2.800 Teile für 230 Euro. Ist natürlich schon eine Ansage, aber wenn man auf das Cent pro Teil Verhältnis guckt, was ja viele immer dann heranziehen, dann sind wir bei irgendwie um die 8 Cent pro Teil, also unter 10 Cent. Da müsste es ja eigentlich wieder ein guter Deal sein. Die Modular Buildings sind halt immer so eine Geschmackssache, finde ich. Für mich sind sie sowieso nichts, weil sie für mich zu teuer sind und wenn man da jedes Jahr schon alleine für das Modular Building um die 200 Euro oder sogar mehr teilweise zur Seite packen muss, damit das sich irgendwie, ja, damit diese Straße, die ja angedacht ist, weitergeführt wird etc. Ich weiß es nicht. Ich persönlich muss aber sagen, also es gab viel Kritik über dieses Modular Building und dass das jetzt nicht so cool ist. Manche haben auch gedacht, die ersten geliebten Bilder, dass das ja überhaupt gar keine richtigen Bilder sind, sondern dass sich das irgendwie ausgedacht hat, selbst gebaut hat und gesagt hat, okay, das ist neue Modular Building. Ich persönlich finde es optisch eigentlich sehr schön. Also gerade mit der kleinen Pizzeria da dran, dieses Backsteinmäßige. Ich finde es tatsächlich sehr schön, gerade die Außenfassade finde ich immer interessant. Der Violin-Spieler, ich glaube es ist eine Violine, ist wahrscheinlich das Highlight unter den Minifiguren mit der Violine zusammen halt. Also ich muss sagen, ich glaube, das passt sehr gut in die Reihe. Ich finde es deutlich besser als das, was wir im letzten Jahr bekommen haben oder beziehungsweise in diesem Jahr bekommen haben. Aber das ist so Geschmackssache. Für mich sind die besten Modular Buildings auch eher die Detektar zum Beispiel, der Green Grocer. Die Buchhandlung mag ich auch sehr gerne. Aber ich finde es tatsächlich sehr schick gemacht. Muss man natürlich selber entscheiden, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Die meisten, die jedes Modular Building haben, werden sich das auch kaufen, einfach um diese ganze Serie vollständig zu haben. Ich meine, man muss jetzt mal gucken, was die Modulars kosten, wenn man die auf dem Zweitmarkt irgendwie nochmal holen möchte. Der Detektar oder so bei 400 Euro. Pariser Restaurant 350 Euro oder sowas. Also das ist schon relativ unentspannt. Das heißt, immer am besten erst die kaufen, die noch nicht ausgelaufen sind. Und dann nach und nach, wenn man die Reihe vervollständigen will, dann kauft man sich dann die, die kurz vorm Auslaufen sind, sagen wir es mal so. Was für viele wahrscheinlich auch interessant ist, sind die neuen Harry Potter Sets. Wir haben sechs offizielle Bilder quasi bekommen zu Sets, die wir erhalten werden. Und da muss ich sagen, es gab damals zum Feuerkelch ein Set, wo die unter Wasser waren. Ich denke mal, die Szene kennt jeder noch. Wo man die Freunde, also wo Harry seine Freunde zum Beispiel befreien musste oder auch Viktor Krumm. Und das ist ein Set, wo sich viele Fans einen Remake gewünscht haben. Und das haben wir jetzt tatsächlich auch bekommen. Und ich finde, dass das sehr, sehr gut aussieht. Also die Figuren, die dabei sind, denke ich mal, das ist ganz klar, das sind so die Hauptfiguren. Ich finde es auch nett, dass sie diesen kleinen Turm mit hinten in den Hintergrund gestellt haben. Der hat jetzt nicht so eine große entscheidende Rolle. Da springen die halt rein, um die Aufgabe zu beginnen und müssen dann drauf landen, um die Aufgabe zu beenden. Erfolgreich zu beenden natürlich. Aber ich finde auch diese, ich glaube, Sirenen. Ich weiß nicht, ob es Sirenen waren. Ich glaube, Sirenen sind es. Die da quasi dann auch die Gefangenen bewachen und natürlich einen dann auch behalten wollen. Bei Viktor Krumm, der umgedrehte, also auf dem Hinterkopf ist dann quasi dieses Heilmaul und sowas. Das kann man auch sehr gut zum Beispiel für die Minifiguren-Serie, für die Dinosaurier verwenden. Und generell gefällt mir das tatsächlich so optisch sehr gut. Man kann auch diesen Turm dann hinterher oben auf diese Szene draufsetzen. Finde ich auch eine sehr schöne Sache, dass es nicht eine Ebene alles ist. Gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Der Preis sind 45 Euro für unter 400 Teile. Also wen das mit diesem Cent brutal interessiert. Es ist relativ wenig, so wie es aussieht, was man bekommt. Aber auch da wird es wahrscheinlich sehr gute Rabatte geben. Aber so im Prinzip finde ich die Idee von diesem Set sehr cool. Sehr gut umgesetzt. Und ich hoffe vielleicht, dass wir irgendwie das Schiff vom Durmstrang nochmal bekommen. Weil das ist ja mittlerweile auch sehr, sehr teuer geworden. Weil es halt ein Segel- bzw. Piratenschiff theoretisch sein könnte. Dann haben wir natürlich noch eine Hogwarts-Erweiterung. Und zwar den Raum der Wünsche. Die Szene kennt man ja auch. Als Harry zum Beispiel Draco rettet und dieser Feuerdrache da alles in Brand setzt. Es stirbt auch die ein oder andere Figur in der Szene. Aber gut, das muss jetzt nicht unbedingt weiter beleuchtet werden. Ein 50-Euro-Set. Ja, ich weiß es nicht. Da passt vielleicht das Cent pro Teilverhältnis so irgendwie in gewisser Weise. Aber es ist halt auch eher so eine Front. Da muss man mal gucken, ob man damit irgendwas anfangen kann. Ich sammle ja generell dieses Hogwarts-mäßige Bauen nicht so irgendwie. Vielleicht ist da für irgendwen von euch was dabei. Für mich bisher aus der Harry-Potter-Welle auf jeden Fall nur das Meeresgrund-Set quasi interessant. Aber wenn man sein Hogwarts immer größer bauen möchte, dann ist es natürlich schön, wenn man da Erweiterungen bekommt. Ich glaube, die Schlange ist auch nicht neu. Die ist einfach nur in einer anderen Farbe. So wie der Basilisk damals war von dem großen Hogwarts. Aber gut, was will man tun? Und dann bekommen wir noch, ja, das ist so diese Hogwarts-Moments-Geschichte irgendwie so der Nachfolger. Oder das sind die verschiedenen Hausbanner, Hauswappen. Es sind, glaube ich, ein paar coole bedruckte Teile dabei. Es sind diese Wichtel auf jeden Fall ist dabei bei Ravenclaw. Und generell muss man da halt, glaube ich, gucken, welche Figuren man vielleicht am liebsten haben möchte. Welche einen interessiert. Oder wenn man sowas sich an die Wand hängen möchte. Welches Wappen oder welches Haus man vielleicht repräsentiert. Und ja, also das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Ich denke, da könnten ein paar coole Teile dabei sein. Aber da muss man dann halt mal gucken, ob man die entweder auf Starn und Teile, Bricklink oder so bestellt. Oder ob die Sets wirklich, keine Ahnung, um 30, 40 Prozent rabattiert werden. Und man sagt, okay, jetzt ist mir das wert, jetzt nehme ich das mit. Aber für mich persönlich aktuell nicht so ansprechend. Vielleicht ändert sich das aber noch. Bei Star Wars muss es natürlich auch immer irgendwie was Neues geben. Ist ja ganz klar. Und das absolute Highlight für euch und für mich ist natürlich der Tusken Raider. Keine Frage, Brickheads sind das beliebteste, was es gibt. Ich weiß nicht. Brickheads ist immer so eine Sache. Manchmal gefallen sie den Leuten, manchmal nicht. Ich glaube, da gibt es genug Sammler. Ich werde die Herr der Ringe Brickheads mir wahrscheinlich auch kaufen. Deswegen Schwamm drüber. Was wahrscheinlich interessanter ist, ist tatsächlich der Tie-Bomber vom guten Darth Vader. Der, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis 65 Euro für 625 Teile. Ja, so mittel würde ich sagen. Wir haben natürlich Darth Vader dabei. Wir haben so einen Tie-Bomber-Piloten und eine Dame, die einen Namen hat, die ich aber nicht irgendwie weiter kenne. Ich weiß auch nicht, wie wichtig die ist. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und so ein Roboter halt. Also, auch jetzt, ja, es sind 3 Figuren, theoretisch 4 Figuren mit dem Mini-Bild. Aber was soll's. Was tatsächlich für viele, denke ich mal, sehr interessant ist, ist das 501. Clone Trooper-Battle-Pack. Ich weiß, meiner Meinung nach kommt es jetzt nicht ganz an das Set ran, was alle wahrscheinlich als das beste Battle-Pack aller Zeiten betiteln würden. Nämlich die 75280. Da haben wir 6 Minifiguren für 30 Euro gehabt. Und halt noch den Walker und diesen Speeder. Aber an sich, also wir haben viermal theoretisch verschiedene Figuren, verschiedene, na, ja, verschiedene Generäle oder so, wenn man das sagen kann. Die man auch verschieden kombinieren kann. Finde ich auf jeden Fall gut, dass sie das so ein bisschen beibehalten. Gerade bei Clone Wars ist das, glaube ich, ein großes Ding. Auch da könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wie cool das tatsächlich ist. Dass wir diese verschiedenen Figuren bekommen und wie gut das zum Armeebauen ist. Da bin ich leider komplett raus. Das ist leider so. Aber nichtsdestotrotz, Hauptsache dieses Thema, auch mit der 501. Legion, weil die ja halt sehr beliebt ist, geht weiter. Und was ich tatsächlich noch sehr, sehr schön finde, ist diese, tatsächlich diese kleine Slave I, der Microfighter, mit Boba Fett. Ich finde, für den Maßstab ist die sehr, sehr gut gelungen. Man bekommt eine Boba Fett-Figur für 10 Euro. Finde ich tatsächlich sehr schick. Also da werden sich, glaube ich, kleine Kinder sehr freuen, dass sie relativ günstig an so eine Boba Fett-Minifigur kommen. Und tatsächlich finde ich, wie gesagt, die Slave I ist echt optisch sehr gelungen. Gerade für den Maßstab, da muss man sagen, da haben die Designer echt einen guten Job gemacht. Ja, und das war es tatsächlich erstmal. Ich denke mal, wir werden ja im Januar, Februar die nächsten Neuheiten vielleicht verkündet bekommen. Vielleicht irgendwas Richtung Herr der Ringe, Bruchtal etc., was es da für Gerüchte gibt. Aber das sieht erstmal so ganz gut aus. Ein paar Sachen sind wahrscheinlich für die meisten uninteressant. Also wenn es hochkommt, werde ich mir von diesen ganzen Sets auch vielleicht ein oder maximal zwei kaufen. Aber man muss ja auch nicht alles mögen. Ich finde, wie gesagt, das Harry Potter-Näresgrundset, wenn das einen guten Rabatt hat, ist das, denke ich mal, für die meisten ein sicherer Deal. Ansonsten muss man halt gucken, was man haben möchte. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Vielleicht ist irgendwas für euch dabei. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mich auch gerne korrigieren, wenn ich bei Star Wars irgendwas durcheinander bringe. Ihr wisst es, ich bin da jetzt nicht so ganz drin. Aber ich wollte euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden halten. Habt noch einen schönen Tag und bis bald.